Hallo, in dieser Anleitung möchte ich einen Stencil-Effekt für Fotos und Videos zeigen. Als Stencils bezeichnet man Schablonen oder Vorlagen für Streetart oder auch für den Druck oder Siebdruck. Für diese Effekte braucht man keine extra Bildbearbeitungssoftware, sondern man kann das direkt in Aquasoft Stages umsetzen. In Video Vision kannst du den Effekt bis zu einem gewissen Maß aber auch nachmachen. Musik Video Vision und Stages bringen einiges an Effekten mit, sodass ich Ideen wie den Stencil-Effekt direkt hier mit meinem Material umsetzen kann. Und ich bin auch immer wieder überrascht, was inzwischen so alles geht. In diesem Fall nutze ich den Chroma Key-Effekt, den es nur in Stages gibt. Dieser sorgt dafür, dass bestimmt gefärbte Teile unseres Bildes entfernt werden. Es gibt also sozusagen Löcher im Bild, durch die dann unser Hintergrund sichtbar wird. Dazu kommt der Effekt Verlaufsumsetzung, den es seit Version 2023 im Programm gibt. Damit wird das freigestellte Bild eingefärbt. Dunkle Bildbereiche erhalten die Farbe vom Anfang des Farbverlaufs, helle Bildbereiche die Farbe vom Ende. Alles dazwischen die Farben von dazwischen. Gezeigt wird das übrig gebliebene Bild oder Video dann vor einem Papierhintergrund, der natürlich auch nochmal per Bild-Effekt beliebig eingefärbt werden kann. Wenn du Stages noch nicht hast, kannst du gern die Demo-Version ausprobieren. Diese verlinke ich unter dem Video. In Video Vision könntest du den Effekt ohne Chroma Key erstellen, dann erreichst du aber nicht diese Freistellung von den Bildteilen. So sähe es dort aus. Bauen wir es einmal von Anfang an nach. Zuerst füge ich mein Papierbild in ein Kapitelobjekt ein. Darunter kommt dann ein Foto oder Video. Am besten eignen sich recht klare Motive mit relativ großen, einfarbigen Bildbereichen, die ich dann mittels Chroma Key-Effekt entfernen kann. Die Ausrichtung des Bildes setze ich auf links, damit es am linken Bildrand startet. Und dann kommt auch schon der Chroma Key-Effekt auf das Bild. In den Eigenschaften wähle ich nun die Farbe, die im Bild entfernt werden soll. Bei mir ist es dieser Himmelsbereich. Ich nehme dafür die Pipette und sauge mir die Farbe direkt aus dem zu entfernenden Bereich. Am Toleranzregler kann ich diese Auswahl noch etwas verfeinern. Aber für meine Zwecke reicht das eigentlich schon. Den mittleren, unteren Bildbereich werde ich noch anderweitig entfernen. Je nachdem, was du für Material benutzt, musst du eventuell einen anderen Modus wählen oder auch eine andere Anzahl der zu entfernenden Farben. Es gibt da kein Patentrezept. Nachdem der Chroma Key eingestellt ist, hole ich mir die Verlaufsumsetzung. Es ist immer hilfreich, einen Effekt vorher zuzuklappen, damit du genau sehen kannst, wo du den neuen Effekt draufziehst. In den Eigenschaften sieht man jetzt diesen voreingestellten Farbverlauf von Lila bis Gelb, mit dem mein Bild jetzt eingefärbt wird. Ich ändere die Farben einfach mal auf einen Farbverlauf von Schwarz über Weiß zu Grau und dann aktiviere ich die Farbreduktion, um den Farbumfang meines Farbverlaufs zu reduzieren. Ich senke sozusagen die Anzahl meiner Grautöne. Ich setze die Zahl der Farben auf 3 und gebe noch vor, wie der Übergang zwischen den wenigen verbliebenen Farben verlaufen soll. Schaut euch die Einstellungen hier auch ruhig nochmal an. Der Effekt ist wirklich mächtig. Probiert auch hier wieder aus, was zu euren Bild, zu euren Vorstellungen am besten passt. Es gibt kein richtig und kein falsch. Nun entferne ich noch die posende Dame im Hintergrund. Und das mache ich im Bildeditor, indem ich das Bild einfach zuschneide. Und weg ist sie. Wichtig ist in diesem Fall, das Hintergrundfüllen dann auf Auszustellen. Soweit steht der Effekt. Wer den Kontrast noch ein bisschen stärker haben möchte, Dem empfehle ich den Schärfeneffekt, den ich auf die Verlaufsumsetzung ziehe. Der verstärkt nochmal die hellen und dunklen Bildbereiche und könnte auch nochmal die Stärke vom Schärfeneffekt ein bisschen anpassen. Und was auch noch gut aussieht, ist, wenn man den Schatteneffekt auf den Schärfeneffekt sieht. Jetzt hebt sich das Motiv noch einmal ein bisschen mehr vom Papier-Hintergrund ab. Den Effekt kann man genauso auch mit Videos benutzen. Das zeige ich hier noch einmal kurz. Ich füge wieder den Hintergrund ein, verwende ein Kapitelobjekt, um Spuren zu erhalten. Das Video kommt unter den Hintergrund. Dann wende ich auch wieder den Chroma Key-Effekt auf das Video an. In den Eigenschaften des Chroma Key-Effekts benenne ich die zu entfernende Farbe. In diesem Fall soll es dieses Asphaltgrau sein. Dann den Effekt etwas fein tunen. Und schließlich kommt auch wieder die Verlaufsumsetzung auf den Chroma Key-Effekt. Was ich vorhin noch nicht erwähnt habe, unter Mini-Vorlagen gibt es eine ganze Palette voll Farben bzw. Farbverläufen und unterschiedlichen Effekteinstellungen. Vielleicht ist da schon direkt etwas dabei. Oder man nimmt es wieder als Vorlage für eigene Anpassungen. Ich nutze einmal hier diese Mini-Vorlage und passe mir noch die Farben an, damit mein Taxi hier in einem schönen, satten Gelb daherkommt. Ich werde hier direkt im Anschluss wieder noch einige Varianten zeigen. Viel Freude beim Nachmachen und Ausprobieren. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Danke! Danke! Danke!